Mein Name ist Thomas Neunendorf, ich bin Sprecher bei der Berliner Polizei. Herr Neunendorf, wo befinden wir uns hier und was ist hier passiert? Wir befinden uns in der Einbecker Straße und nach unseren ersten Einschätzungen fand hier ein Familiendrama statt. Eine Angehörige hatte sich Sorgen gemacht, weil sie die 41-jährige Mieterin der Wohnung nicht erreichen konnte. Sie fuhr dann hier zu der Wohnung und fand in der Wohnung die 41-jährige Frau und ihren 10-jährigen Sohn ermordet vor. Fast zur gleichen Zeit sprang der Lebensgefährte der Getöteten aus einem der oberen Stockwerke des 17-stöckigen Hauses und verstarb hier vor dem Hauseingang. Die Ermittlungen wurden jetzt von einer Mordkommission übernommen. Nach unserer ersten Einschätzung dürfte es sich aber um ein Familiendrama handeln.